Ja, eigentlich müsste ich sagen, ihr seht jetzt die 28. Wiederholung der Folge Bullenmarkt für Anfänger. Ja, was soll man großartig sagen? Ich steige mal mit dem S&B 500 ein. Hier ist es der Future, den ihr seht, deshalb das Kürzel ES und 09 für September. Wenn ich mir den 5-Minuten-Chart angucke, und ich weiß ja, viele gucken diese Videos insbesondere, um eine Idee zu bekommen, ja, was soll ich denn mal machen, wenn ich jetzt Nachmittag selber dran bin? Und jetzt gucken wir uns das mal an, was wir hier als Bewegung haben. Dieses Ding hier ist eine Abwärtsbewegung. Ja, und wenn ich mir mal angucke, wie die Gegenbewegungen sind, ganz schön viele auffällige Überlappungen. Das sieht ganz klar korrektiv aus. Ihr wisst, Korrekturen sehen gerne so aus, alternativ auch gerne dreiwellig. Ich sage das ja immer wieder, impulsmäßig nach oben, korrektiv nach unten und dann die Fortsetzung nochmal traden. Was ist vor dieser Geschichte passiert? Denn die Gegenrichtung, die starke, nein, eigentlich falsch formuliert, die starke Richtung, das ist doch so ein Fünfweller. Der erste hoch, dann ein bisschen wackelig runter, nochmal hoch, wackelig runter und nochmal hoch. Wobei diese Korrekturen eben nicht überschneiden. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ist vor dieser großen Korrektur hier passiert? Wir sind einmal hoch, dann sind wir wackelig runter, dann sind wir hoch, sind wir wackelig runter und nochmal hoch. So, hier sind wir jetzt gerade in der Korrektur. Man kann also sagen, der S&P ist eigentlich mustergültig unterwegs. So viel zum Thema Theorie und Praxis. Also ihr seht, das ist ganz normal. Jetzt hattet ihr gestern zum Beispiel ein sehr schönes Bild. Ich zeichne euch das jetzt hier nochmal im Großen. Machen wir ganz kurz Rückwirkung. Und ich weiß, viele sagen, ja, Rückwirkung bringt mir nichts mehr. Ja doch, ich möchte, dass eure Augen solche Sachen sofort erkennen. Wenn ihr etwas seht, was so aussieht, dann sollt ihr euch freuen und nicht ärgern, oh, das habe ich jetzt verpasst. Das ist nicht die Aufgabe. Wir verpassen so viel im Leben. Wenn ich mich darüber überall immer ärgere, ich weiß es nicht, dann habe ich sicherlich kein schönes Leben. Wenn ich das aber sehe, dann habe ich schon mal eine starke Bewegungsrichtung und weiß zu dem Zeitpunkt schon. Wann immer der Kurs eine Korrektur macht, die dreiwellig ist oder eben wackelig ist, habe ich die besten Voraussetzungen, dass der Kurs im Anschluss die Hauptbewegung fortsetzt. So, und was haben wir jetzt hier? Das sieht doch nach einer dreiwelligen Bewegung aus. Also viele sagen immer, ja, aber man weiß das immer im Vorhinein nicht, aber an der Stelle sehe ich das doch. Ja, und wenn der Kurs nach unten wegbricht, ja, dann ist es vielleicht dann nicht dreiwellig. Deshalb ist noch eine Bedingung wichtig, dass ich diese Trigger im Auge behalte. Dann erst wird es relevant. Das heißt, wenn der Kurs nach oben da durchgeht, das ist sozusagen die Geschichte, wo man sagt, ja, das ist es jetzt. Also ihr seht, das ist jetzt sehr theorielastig aus der Praxis von gestern. Also eigentlich ein paar Exzellants. Und was ist jetzt meine Erwartungshaltung an dieser Stelle? Also eigentlich an dieser Stelle sage ich, wenn er da jetzt durchgeht, dann ist typisch, dass diese Bewegung, die der vorausgegangen ist, der Geschichte, dass die nochmal passiert. Ich habe also eine Zielerwartung, die in dem Fall hier liegt. Das heißt nicht, dass der Kurs zwingend bis dahin geht. Und das heißt auch nicht, dass der Kurs dort definitiv dreht. Aber ich brauche eine grobe Orientierung. Und was rechne ich denn typischerweise? Und das ist typischerweise so diese Eins-zu-eins-Relation. Wir sagen dazu das Mindestziel. Klar, es kann auch weniger sein. Aber dass diese Marke dann im anschließenden Verlauf dann eben erreicht wird. Ihr seht, das hat ja dann auch einigermaßen gut hingehauen. Und der Kurs ist ja danach, nach einer nächsten Korrektivpause, ihr seht das, dass es ja wieder Korrektiv ist, hier mit den Gegenbewegungen nochmal einmal nach oben gelaufen. Vielleicht das auch nochmal kurze Manöverkritik. Ja, aber warum ist das dann nicht nachher wieder so weit? Diese Regel gilt, wenn das die erste ist, dass die zweite ist für die dritte. Aber diese Korrektur ist ja nicht die zweite, sondern die vierte Welle. Also die erste, zweite, dritte, vierte und dann kommt die fünfte. Die wird typischerweise länger als das. Die ist typischerweise so ähnlich lang wie diese hier. Muss nicht genau, aber es ist sehr häufig. Aber wir sehen, dass wir in Trendrichtung mit Kursüberschneidung unterwegs sind. Stichwort Ending Diagonal, weil Korrektiv in Trendrichtung. Trendrichtung war aufwärts, Korrektiv. Also ihr seht, das ist jetzt sehr viel Theorie gewesen. Weil Vergangenheit, was erzählt er uns da? Der soll mir jetzt sagen, was ich heute Nachmittag machen soll. Aber genau das ist das. Wenn wir Bewegungen haben, die vorne steil sind, die dann irgendwie möglichst wackelig in die Richtung laufen, sind Fortsetzungen sehr realistisch. Die möglichst wackelig in eine Richtung laufen, sind Fortsetzungen sehr realistisch möglich. Und mögliche Entry Trigger sind hier. Ein bisschen ist eine Gefahr. Ist das jetzt wirklich die zweite Welle? Oder ist das hier? Also über die Zielhöhe mache ich mir ein bisschen Sorge. Die kann ich hier in diesem großen Bild nicht ablesen. Außer, dass wir wahrscheinlich, wenn wir diese Marke durchstoßen, wer das jetzt nicht lesen kann, die liegt ziemlich genau knapp unter 4.300, also so 7, nee, was ist es? Ja, 98 sage ich jetzt mal so circa. Das sind die heutigen Mittags-Zwischenhochs, die wir jaten. Wenn der Kurs hier durchgeht, würde es mich nicht nur nicht wundern, sondern fände ich sogar sehr wahrscheinlich, dass wir auch hier noch weiterlaufen, 305. Jetzt sagt man, ja, für 5, 6, 7 Punkte, da mache ich das fast nicht auf. Aber es geht darum, dann habe ich eine Orientierung, was als nächstes typischerweise passiert. Und es kann ja sogar noch mehr werden. Idealerweise kann man jetzt natürlich noch Folgendes machen, dass man sagt, naja, ich muss ja jetzt nicht hier den Einstieg wählen. Wenn wir doch jetzt hier so einen steilen Anstieg haben und wieder so was Wackeliges in den nächsten zig Minuten noch nach unten bekommen, dann habe ich doch die Möglichkeit, diese erste Welle nach der zweiten Welle der Korrektur hier wieder anzulegen. Und dann kann ich dann gegebenenfalls sogar in diesen Zwischenholungen gehen. Also ihr seht, das wiederholt sich im Kleinen wie im Großen. Das ist also durchaus etwas, was auch im Großen gilt. Hier jetzt im Tageschart beispielsweise habt ihr eine erste aufwärts, eine dreiwellige abwärts. Dann ist das durchaus nachvollziehbar. Haben wir das gehandelt? Nee, damals war mir das zu hoch. Meine Zielerwartung, das hat mir nicht gefallen vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ich möchte euch also nicht verheimlichen im Sinne von, guck mal, der macht ja nur Gewinn-Trades. Nee, gar nicht. Viele Trades verpasse ich auch, weil ich sage, irgendwie gefallen mir die Bedingungen noch nicht. Ich möchte aber, dass ihr die Logik der Märkte, die Systematik der Märkte wiedererkennt. Dann habt ihr zumindest die Chance, dann nicht massiv auf die Short-Seite zu wechseln, wenn er hier hingeht. Denn eins haben wir sicherlich nicht gemacht. An der Stelle ein Short eröffnet. Dort, wo typischerweise Long eher typisch ist. Man sich vielleicht noch die Frage stellen muss, wie weit läuft das Ganze denn? Also, Voraussetzungen sind nach wie vor gut für die bullische Seite. Ich wiederhole mich da. In den letzten 1.000 Videos habe ich das ja immer wieder erholt. Aber was soll ich sagen? Solange der Markt eben abwärts nur so doof rumwackelt und aufwärts die Stärke zeigt, ist das eben die Haupttrendrichtung. Gibt es also keine Chance, dass das passiert? Doch. Jederzeit. Das ist ja der Grund, warum wir mit Stops arbeiten. Und das ist der Grund, warum wir die Risiken durch die Positionsgröße beschränken. Lasst euch nicht einlullen, von wegen, das kann nicht passieren. Aber soll ich jetzt hier aus der Hüfte geschossen? Der dreht da, der dreht da jetzt. Ja, ja, jetzt dreht er da. Mit welcher Maßgabe? Lasst euch da nicht einlullen. Lasst euch das, wenn zeigen, durch eine starke Abwärtsbewegung, eine schwache Aufwärtsbewegung, dann wäre das ein Short-Einstieg. Und ja, leider ist dann, wenn wir das Risiko so weit dimensionieren, dass das, was wir vielleicht von dieser Aufwärtsbewegung wieder hergeben, es sei denn, ihr zieht eure Stops enger nach. Zum Beispiel mit irgendwelcher Lachzi-Logiken, die Parabolik ist immer gern gesehen beispielsweise. Es ist jetzt keine Empfehlung zwingend, aber es ist eine Empfehlung, sich das anzugucken. Wir benutzen den gerne mal. Der ist längst nicht immer optimal. Also nicht, dass der klappt ja immer super. Nee, gar nicht. Aber er klappt meistens ganz okay. Und das ist das, womit wir Händler arbeiten. Wenn der nicht schlecht ist, ist es meistens schon ausreichend, dass man sagt, na ja, gut, es reicht für ein Plus. Ja, also bitte kommt da weg von dem Gedanken, das muss immer alles perfekt sein an der Börse, weil ich möchte den höchsten gewinnen, den niedrigsten Verlust. Ja, wünschen geht immer natürlich. Nasdaq sieht gar nicht so doll aus. Ihr seht, dass wir hier diese relativ starke Abwärtsbewegung haben. Und zugegeben, da seht ihr, aber das war doch auch wackelig. Wäre da nicht hier jemand auf die Idee gekommen, vielleicht sogar long zu gehen? Vielleicht schon. Also die Grundidee war hier für long. Aber der Stop lag ja dann schon hier. Warum hier? Naja, theoretisch auf dieser Marke und einige wissen das auf der 78er Marke. Also da. Das heißt, mein Risiko war in dieser Größe. Das heißt, man leidet dann nicht unter Umständen darum. Selbst wenn man hier mal einen Fehleinstieg hat, weil man diese Bewegung gar nicht mehr mitmacht. Denn die ist ja nun mit nichts zu begründen. Mit welcher Begründung, wenn ich jetzt behaupte, das ist vielleicht eine sehr schöne Übung jetzt auch nochmal, auf Nasdaq ganz kurz zumindest mal das angesprochen. Wenn ich für mich behaupte, wenn er da durchgeht, das ist korrektiv, dann geht es nach oben weiter. Zugegeben ist nicht die erste Korrektur. Das heißt, irgendwo sind meine Ziele nur hier. Deshalb ist das so ein fraglicher Trade, ob man den unbedingt da eingehen muss. Aber nehmen wir mal an, man macht diesen Trade, ja dann will ich hier drunter nicht mehr. Denn ich will ja, dass er wieder in der Aufwärtsbewegung ist. Da kann ich keine fallenden Tiefs mehr brauchen. Das heißt, mein Stop liegt definitiv hier. Oder die 78er Marke. Viele von euch kennen das, dass wir die 78er da gerne nehmen. So, und dann wissen wir, an der Stelle hier irgendwo, werden wir dann hier ausgestoppt und hat nicht sollen sein. Meine Güte. Ja, also ihr seht, das ist nicht, dass das immer funktioniert. Ein kleiner Tipp nochmal, die etwas professioneller unterwegs sind. Bei so einer Zielerwartung, hier einsteigen und Zielerwartung irgendwo da oben, ist das kein so ein guter Einstieg. Dann finde ich es besser, wenn wir sowas haben, wenn der Kurs hier wackelig runterkommt, hier zu triggern. Und das ist eben nicht wackelig, sondern relativ steil runter. Also man konnte sich den Long-Einstieg sogar sparen. Aber ich möchte, dass ihr eben auch seht, wohin das führt, wenn das nicht in die richtige Richtung geht. Ja, also dass ihr das versteht. Ja, okay, das ist dann doof, aber nicht so schlimm, weil die Stops eben relativ zeitnah und sagen, das ist die falsche Richtung. Nasdaq, muss ich sagen, finde ich den doofsten der Indizes, weil der schon die ganze Zeit irgendwie immer so komische Avancen macht auf die Abwehrseite. Klar, das ist häufig dreiwellig. Hier seht ihr das auch. Und damit zeigt er dann, naja, so richtig abwärts ist es nicht. Aber wenn ihr euch erinnert an die letzten Tage, ich muss sagen, ich finde den am unübersichtlichsten. Ich weiß, viele finden den besonders attraktiv, weil ganz tolle Titel da mit drin sind. Ich muss sagen, ich finde das eher abschreckend, wenn der Kurs dauernd solche vielen Überschneidungen hier hat. Das ist häufig besser beim S&P und beim Dow Jones hier jetzt beispielsweise. Der Dow Jones YM, der Future da drauf als Bewegung. Auch hier gilt nach wie vor, noch ist es die Aufwärtsrichtung. Hier finde ich allerdings einstiegsmäßig im Moment keinen sinnvollen Einstieg. Da würde ich mich sehr zurückhalten. Das ist nicht so mein Ding. Aber es gibt, falls ihr schon long seid, viele sind ja schon long, weil sie sagen, naja, hier beispielsweise an der Stelle oder zwischendurch hat er ja dann immer mal wieder gewackelt. Ich bin da jetzt long. Rechnet mal mit einer Bewegung, die vielleicht so eine Korrektur nochmal widerspiegelt, also so Dispandant zu dieser. Anschließend sogar nochmal mit einer Fortsetzung. Also im Moment würde ich charttechnisch nicht erkennen, dass der Kurs unbedingt auf dem Dreh aus ist. Selbst wenn er so eine Rücksetzerbewegung macht, wäre das noch nicht der Garaus für die bullische Seite. Also entweder die Stops sehr eng, dass ihr das nicht überlebt und dann gegebenenfalls eine neue Position aufmacht, wenn ihr hier wieder triggert. Dann habt ihr viel Gewinn abgesichert und eine Chance wieder einzusteigen. Oder ihr macht den Stop so weit weg, dass ihr Korrekturen ähnlicher Größe wie da vorne, also so ähnliche Größe wie die, dass ihr die überlebt. Dann darf der Stop aber natürlich auch nicht wirklich, wo haben wir es? Da. Was machst du denn jetzt hier? Jetzt hat er das. Dann sollte der Stop natürlich auch nicht so eng liegen hier, damit man eben Korrekturen ähnlicher Art wie die, das muss nicht exakt so groß sein, aber dass man die eben überlebt. Wer das jetzt nicht lesen kann, das ist 3220 in etwa hier als Maßgabe. Aber das ist wie gesagt nur so eine Grobüberlegung dazu. Dann gucken wir uns noch den DAX an. Abschließend, wie sieht der aus? Auch der ist nach wie vor stark auf der Oberseite. Ich warte immer noch auf diesen Rücksetzer. Diese Zeichnung, die ist allerdings obsolet, weil der Kurs inzwischen schon zu viel weitergelaufen ist. Also insofern, ihr seht das, er hatte Widerstandsmöglichkeiten, Angebote nicht genutzt. Bisher war dann eher wieder drei Welle nach unten gelaufen. Jetzt kommen wir so in die nächste Zone, wo wir jetzt Widerstände unterwegs haben. Das sind die heutigen Hochs mehr oder weniger. 13.950 in etwa. Manch einer sagt noch die 14.000er Marke. Ja, Touché. Das ist jetzt nicht die Ansage, dass der Kurs da dreht, sondern es ist die Ansage, dass einige Marktteilnehmer hier genauer drauf gucken werden, ob der Kurs nicht endlich mal in eine Korrektur hier reinkommt. Und dann kann man ja immer noch wieder auf die Long-Seite gehen. Also ich bin nach wie vor eher bullisch eingestellt, spricht sehr viel dafür, dass der Markt immer noch will, nach oben zu shorten, finde ich im Moment nicht sinnvoll. Wer früh auf die Short-Seite wechseln will, sollte sich das auf jeden Fall zeigen lassen, durch heftige Bewegungen runter und wackelige nach oben. Und das haben wir im Moment in der Form nicht wirklich oder eben nur dreiwellig, also sprich mit vorläufigen Gewinnmitnahmen beziehungsweise Stopp nachziehen, wenn der Kurs da ist, dass man da eben nicht mehr ins Minus kommt. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterhilft, jetzt einzusteigen, wenn dann auf den kurzen Ebenen. Den S&P fand ich dafür nicht so schlecht. Die anderen, muss ich sagen, finde ich da noch ein bisschen übersichtlich. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Bis zum nächsten Beitrag. Euch alles Gute.